50.000 Seiten Hits ich gehe einmal raus ich krieg von 2 gefühlt 5 Seiten ein Hit ja das ganze Team so start dein Stream oh nein duker EW e start einfach Moin ich bin auch gerade am Stream und falls ihr auch mein Kanal auschecken wollt ich heiße gerne 2.0 und ja was machen wir denn heute oder gleich also ja du bist gerade noch Rainbow ja und kommst du dann und kommst du dann und kommst du dann und kommst du dann oder so ein Snout und dann und dann und dann und dann und dann und lauf berg sori das musste gerade sein ja ja wer spielt duker EWI mit Wer spielt Duka Ebi, bitteschön, mit Schalldämpfer. Oh mein Gott. Gegner. Oh mein Gott, was ist das für schlechter Gegner. Okay, installier dir mal dann, wenn drin ist, den Man TGS 18.500 Kipper. Oha, Frost, no, dieser Noob Psy-Bot, der ist Level 225. Na grad mal, hat grad mal. Warum gibt's zweimal den Scarrock? Warum hast du grad umgeschrieben? Oh ja, wir haben die Runde gewonnen. Der Comeback-Bonuspunkt. Ich hab immer noch keinen Kill, weil das so Schwitzer sind. Mama, kannst du bitte mal ne Tür zu machen? Ich bin grad so faul. Nein. Ach, hier ist es. Regierungs-Subventionierung. Ich spiel mein IQ, weil mein IQ ist auf IQ. Bitte mach nie wieder solche Jokes in meinem Stream. Alter. Ich spiel IQ, weil ich hab 5000 IQ. Ich hab wirklich einen IQ von 5000. Pepper. Ein Gamer. Ein Gamer. Hatte mal einen Bug und dann hab ich aber weiter gespielt die ganze Zeit. Bis ich zum Schluss eiskalt. Teile dich fest. Ey, ich spiel nachher wieder. Ich spiel nachher wieder. Ich spiel nachher wieder. Ich spiel nachher wieder. Ich spiel nachher wieder Granny. Ohne dass, ähm, ohne dass die Oma zuhause ist. Und der Opa. Ich spiel mal einmal das. Und wie langweilig. Das ist dann besser, weil erstens, äh, man kann das Spiel besser erkunden und dann kann man es komplett lernen. Ich hab beide gespielt. Mit beiden an und das ist sogar dunkler ist. Und das sei mitten in der Nacht wieder. Deiner? Ne, beide. Ne, äh, oh mein Gott nein. Nein. Die haben, die haben Frost. Die heißt Frost. Ist mir doch scheißegal, ob es Frost oder Frost heißt. Denkst du mich juckt, dass ich weiß, dass es Frost heißt? Ich sollte dich jucken, weil es manchmal als Profilbild ist auf PS. Ja, interessiert doch keinen. Ist scheiße, bleibt scheiße. Guck mal. Obwohl ich Black-Eis für Frost hab. Du hast Black-Eis für Ash auch. Ach. Ach, ne. Weiß ich. Ich kenn mein Black-Eis. Ich kenn mein Black-Eis. Warum holst du hier nicht einfach, äh, wenn du bei der nächsten Cash-Cash-Cash-Cash-Eure-Karte dann nicht einfach Rainbow für dich selber. Robin Bowes kostet mir nicht zwei hol. Die Fahne dieses Multiplayer-Spiel-Channel-Schwurde zu einer Farbe zusammen. und wenn ich mich nicht mehr in den nächsten und ich denke ich denke mir die gegner in dem schöner Sprenger mit mir ist die Stiftung wenn ich die Brot von oben Trophäe es geht mal kurz ein bisschen mit meinem viel zu overpowered ich möchte auch mal ja mach mal bitte blau du kannst zwei farben einstellen ja blau blau streifen beides blau oh mein gott die liegt an der eck und ich lauf vorbei junge ich hasse das spiel aber ich mach so ein blau dass man den streifen noch sieht ja mit arbeitslichter oder ohne nicht ja ok angehaut es gibt jetzt ein richtig geiles feature und zwar gehen die türen auf nicht bei 100 ja bei den gemoddeten das ist aber 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 was trotzdem schön was trotzdem scheiße ist dass man immer noch als beifahrer einsteigen kann man kann die beifahrer Tür aufmachen aber einsteigen ja das ist irgendwie dumm das finde ich irgendwie scheiße gemacht aber warte mal läuft das machen dass ich mich nur um die hinteren zwei felder kümmern und du dich um das erste welche welches ist das ist das Feld 21 nee du kümmerst dich um Feld 23 dann nehme ich Feld 23 ja und ich kümmer mich um die anderen beiden könntest du mir eine 1000 wario kaufen ähm nö warum du kriegst keinen der besser ist als meiner ich bin Horst ich entscheide das boah Junge bist du asozial alter ich kann dir nur den gleichen geben wie meinen dann war es daran so schlimm wenn ich einen 1000 wario habe ich hab nur neun dreißiger was ist daran so schlimm das ist unfair das ist nicht unfair es ist doch egal ich kann doch ich kann auch gar nicht kommen ich kann doch ich bin das ist ich bin es gewohnt langsam alleine zu spielen ich bin ich bin es ich bin ich bin es gewohnt alleine zu spielen mein lenkrad wird erst am neunten oder vom neunten bis zum vierzehnten zugestellt warum spiele ich die bana weil du wahrscheinlich nur ein random abgenommen hast ich hab gar kein random abgenommen dass die musen random ist random operator und dumm bin ich auch nicht ich hab ein rei-maulungen dann werde ich kaufen uns beiden und zu tausend machen nein kauf mir den einfach den den du hast und dann ist es so gut es ändern meine musik Ich guck schon wieder das Gasbedarf in meinem Lenkrad, Alter. Easy win. Ich hab bis jetzt immer noch keinen Kill. Leute, macht das bitte nicht in DLF nach. Was? Ich war gerade nur wie eine gesenkte Sau. Ich bin gerade über Berge, wie vor mir Steine. Was unlogisch ist, dass man nicht mit... Du kennst doch bestimmt, du spielst ja auch mal mit dem Tastaturmaus an der PC, oder? Hast du das schon mal gemacht? Nein, nein. Wenn man das macht, dann kann man drückst den Controller anlassen und Headset dran stecken. Was aber scheiße ist, beim Lenkrad, der Controller muss aus. Nee, es gibt zwar nicht Dinge, wo man den Controller anlassen kann, aber... dann funktioniert das Ding nicht im Game. Ja, das ist die Scheiße. Boah, ey, das ist bestimmt richtig geil mit LS19. Ja, ist echt geil, Alter. Weil du fährst halt wirklich in, äh, fast wie in real life mit Traktoren. Lass mal so machen. So breitreifen wie ich, oder... Nein, ey, das ist mir gar keine Breitreifen. Kannst du vergessen, ich bleib bei meinen Breitreifen. Dann machen wir auch Breitreifen. Nee, jetzt hab ich dir schon einen ohne gekauft. Dann lass doch mal so machen, wenn wir beide Lenkrad haben, dass wir uns mit Controller das ganze Equipment kaufen. Das Ganze. Und dann... Ohne, lass aber auch auf die Map gehen und gleich mit Lenkrad spielen. Nein, wir kaufen uns das ganze... Nein, wir kaufen uns das ganze... Ich will was sagen. Wir kaufen uns das ganze Equipment auf der Map, was wir alles brauchen. Und dann gehen wir rüber auf Lenkrad. Hä, wieso gehen wir nicht direkt auf die Simmel vom Spielen direkt mit Lenkrad? Ich hab meinen ersten Kill gemacht. Ich hab meinen ersten Kill gemacht. Weil hier haben wir ja schon alles. Oh, ich hab grad auf mein... Ah, ich hab grad auf mein Bein geschlagen, was ich mir damals gebrochen habe. Nein, ich hab nicht mehr gemerkt, dass das Zeichen... Oh, mein armes Bein, 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 mein armes Bein. Ah, ich hab... Aber ich hab mich schon mal gefahren von den Marken, eine auf 53. Ja, wir gewinnen das. Aua, ich hab mir voll auf mein Bein geschlagen, was ich mir gebrochen habe. Genau an die Stelle, alter. Oder hatte. Ah, das tut immer noch so weh, alter. Ist schon zwei Jahre her, aber es tut übertrieben weh. Aua. Ich wusste, was ich gerne freue mich an meinem Traktor. Was? Ich hab die mehr PS gesehen. Ich wollte das jetzt keinen 930er mehr, sondern neuen, 39er. Hab ich die auch gemacht in 930. BP гiw, das schmerzt so... und kalli so schlecht als sie beachtet unseren team mit nicht der am grundlos am boden liegt alter kalli so schlecht wenn man sich das mal vorstellt im spielen die weiß ich mal wie man jemanden hier da wohl in der märz erwein 80 ist natürlich hat es auch mal geschafft ein ganz ehrlich Ist das nicht irgendjemand operatet, der bei Attack healen kann? Ja, Finker, Finker, Finker kann ja healen. Nein, 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 allgemein, ob das ein Heal ist, der Heal ist. Nee, mhm. Ey, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen und ich bin letzter. Warte mal, es gibt ja Doc, aber das ist Verteidiger. Wäre geil, wenn sie es wechseln würden. Achso, ich bin... Ja, ich bin Bronzer 1. Ich bin Bronzer 1 und mir fehlen Eiskalt 1 Punkt bis Silber. Okay, ich gucke noch, ob ich das Alpha Pack bekomme. Habe ich bekommen. Und ich öffne noch das Alpha Pack, Leute, und dann beende ich dieses Spiel. Ich sage jetzt schon mal voraus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis demnächst... ... Jo. Habt ihr es gehört? Nein? Sag es nochmal laut. Abonnieren, Blogger aktivieren und einen Like verlassen. Schlagt diesen Like-Button kaputt. Wenn ihr mit euch auf Instagram folgt, ich heiße da xxpro, xx oder hd. Folgt mir gerne mal. Mein Content ist zwar nicht gerade der beste, aber wenn ihr mir folgt, ich folge euch zurück. Und dann sehe...